Was war das jetzt? Warum hast du denn losgelassen, Abby? Hä? Ey! Schluss jetzt! Haja! Hört auf, ihr wollt nicht sterben! Austin! Where are your powers? Doch, doch! Hau rein, Rowdy! Lass dir gut gehen mal, gell? Das ist ein Geschenk, sie sind jetzt in unserem Gebiet, zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Das kam vielleicht von da drüben! Eli! Eli! Oh... Du musst dich auf! Danke! Alles okay? Ja. Wohin jetzt? Wir köpfen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Hohl deine Vorrede und los. Okay. Vielleicht finden wir ja noch einen dritten Holster oder so. Frank übrigens, danke schön für 62 Monate. Ich habe mich heute übrigens bei keinem von den Sub bedankt. Und auch nicht für die Bits. Ich danke euch, Chat. Und Verzeihung. Gerade jetzt Buso, South Park, Black Panther, Bromart, Bernd, Saturn, Mieze, Katze, Buggos, I-Towns, Quantenmechaniker, Streampriester, Edu, Helen, nochmal Streampriester, Vaplois, Motec, Körnchen, Don't Bang My Wife. Dankeschön, Leute. Vielen Dank für die Unterstützung. Äh, sollte eigentlich halten. Weizen, ja. Vielen Dank. Nee, Zielfernrohr brauchen wir nicht. Äh, Rotflinte. Was kann das denn noch? Was kann das denn noch nicht? Mhm. Okay. Ist es wahr? Sind es so viele Wolves? Es sind mehrere Dutschund. Wie konnten wir das zulassen? Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Nur bereit. Wir machen uns verrückt. Die Wolves können nicht so weit vorgedrungen sein. Und wenn du dich ärst? Sie schütze uns. Uh oh. Okay, alles gut. Alles easy, kein Problem. Coolio. 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 Nope. Yes. Oh. Ah ja. Ich glaube, wir sind im Dorf. Okay, ist Mama im Haus? Oh, Gott sei Dank. War es sich das? Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie... Sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und... Hör zu. Yara. Du hast dich nie verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche. Ich bin hier weg. Ja, ich auch. Komm. Hey, Kleiner. Na los. Hier. Okay. Jetzt. Yara, ich... Ich hätte nie... Okay. Bin froh, dass wir dich gefunden haben. Auf geht's. Selbem Weg wieder zurück, oder was? Was ist los? Was ist los? Wurfs? Überall auf der Insel. Wir steh'n das durch. Sie beschützt uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Nein. Kampfgeräusche. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstrafe meiden. Wie weit weg ist Hayden? Weit. Aber das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Wir voran. Okay. Was ist weit? Wir sind weg und gegen die Wolves zu kämpfen. Ja. Wie weit ist denn weit? Was macht dein Arm? Dem geht's gut. Immer müde. Yara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist dir das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlustladen an jeder Ecke. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell. Ja, dann mal los. Ist das für dich sauber? Besser wär das. Wir haben gerade endlich den Niedergenähten. Hier gehen wir vor. Wir ziehen zur Hauptstadt weiter. Nehmt euer Team und säubert die Dörfer bei den Äckern. Leute, hier lang. Unter die Tür. Schnell. Schnell. Wir lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib mal bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Das ist richtig Mieze Katze. Hier lang. Man tötet fast keine Infizierten in dem Game. Das ist so. Können wir die umgehen? Ja. Wir gehen nur an der Fall. Gas auf der anderen Seite. Los. Krieg's unter dem Truck. Ich hebe den ganzen Zaun raus. So oder so. Na komm. Sind die Wurfs noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Die gibt das Haus raus. Abby ist halt wirklich stark. Hier lang. Hab eine. Yara. Abby. Ich seh' sie nicht hier. Zurück. Lass sie weg. Los. Oh Scheiße. Das ist Abby. Ich sagte zurück. Zurück. Isaac. Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg. Wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen. Bitte. Abby, weg da. Verdammt. Er ist nur ein Kind. Du hast drei Sekunden, um von dem Ska wegzugehen. Eins. Willst du mich wirklich erschießen? Zwei. Ich werde nicht weggehen. Nein. Zur Hölle. Erschließ dich. Ich bin nicht gekommen. Erschließ dich. Der Mann. Wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott. Sie ist tot. Lef, komm schon. Das waren deine Scheißleute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier herauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten, ja? Okay. Okay, mir nach. Ah ja! Und noch ein. Alles was ich brauche. Abby? Abby? Komm schon raus, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Haben Sie gewarnt? Verdammte Schlange. Eine Spur von Ihnen? Nein. Mach den Ausgang dicht und es kämpft das Gebäude. Weißer, wo sind Sie? Bebunden! Zur Hölle mit dir! Ich hab Sie! Gleich hier drüben! Oh, verdammte Scheiße! Oh, verdammte Scheiße! Nein! Geh! Verdammt, wo sind sie? Spürt sie ab. Tja, dann hättet ihr jetzt nichts gemacht, wäre ich einfach vernein gegangen, aber ja, jetzt habt ihr euch das so ausgesucht. Spürt sie ab. 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 Oh, 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 oh. das hat er da gemacht also als er kann gesagt wir sollen kämpfen aber bei der mutter gesagt ich soll mich nicht darauf einlassen mit bösen weg zu kloppen und mich einfach in die ecke stellen und so tun als bin ich nicht da wäre das hat meine barbara gesagt mama teberich ja dort gehen wir durch wie weit von hier lebt dieses helden ein ganzes stück die neu weil menschen macht getrieben sind und mehr territorial apokalypse ist halt perfekter zeitpunkt um territorium also dachte ich leider kommt jetzt runter im berg von einem crime Hier durch. Nee. Oh mein Gott. Ist das Haven? Ja, was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Ähm, bei den Docks. Hinter dem Feuer. Dann sollten wir da hin, ehe alle weg sind. Oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Gehen wir runter. Wohin wollen wir? Zu den Stein berücken. Okay. Bleib hinter mir. Schnappt euch die Skars! Erlöse sie! Schnappt euch! Schnappt euch! Schnappt euch! Schnappt euch! Schnappt euch! Erledige sie! Na, sie sitzen in der Falle! Sichert die Fenster! Sie dürfen uns nicht umzingeln! Schrauben sie die Fahrfläche! Bring sie um! Halt sie aus! Angreifer! Los! Schnell! Na, los! Wir bringen sich gegenseitig um. Gut. Schrauben sie gut! Halt sie weg! Abbie, er kann sich hier gebrauchen. Dann nehmen wir doch das Pferd. So sehr. Lass uns raus! Gott! Ethan! Geht er immer noch hin? Ich weiß nicht. Die Boote sind da. Oh, Scheiße. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Moment! Abby! Oh, Shit! Auf die Reiter! Fahr zur Hölle jetzt, Öffel! Lass uns in Ruhe! Warte! Wir kommen durch! Oh, Shit! Lass uns in Ruhe! Über den Hügel! Abby! Weiter! Gib uns Deckung! Oh Gott! Oh Gott! Lev! Das Pferd! Vergesse es! Wir müssen weiter! Dort! Die Docks! Ja, ich werde. Ich werde. Das ist leider. Ich werde. Ich werde. Nein! Ich werde! KÖS! Warum hast du ihn? Verdammt! Wir wollen gar nicht kämpfen, wir wollen nur ein Boot machen! Nee, kein Speedrun, aber ich brauche doch nicht mit denen kämpfen. Also, das ist nicht mein Krieg, den wir da gerade kämpfen. Das ist nicht mein Krieg. Wir müssen jetzt... Wir müssen los! Limp! Komm her! Hebe! Wie ist das? Limp! Limp! Eller keine Macht! Limp! Nicht! Nein! Du bist eine Schande! Sei verdammt! Du bist eine Schande! Du bist eine Schande! Du bist eine Schande! Ergina! Ergina! Nein! 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 Die Schande! Wichtig! Gut! So, Abby, rein und dann schön mit dem PC-R-Vizep Erstmal Kurbel im Motorboot anschmeißen. Hier. Wir sind immer noch in der Vergangenheit. Wir sind immer noch in der Vergangenheit. Wir sind immer noch in der Vergangenheit.